Ich habe gerade gelesen, wer links im Bett schläft, der ist glücklicher. Ehrlich? Ja. Oh, das ist ja cool. Ich finde, wenn es wirklich darum geht, was glücklich macht, dann ist immer die Frage, wer rechts daneben schläft. Okay, ja. Ja, doch. Ja, Herr Schirin jetzt. Trus News. Täglich bei Jochen Trus am Morgen und auf Spree-Radio.de